So, und dann sind wir auch schon wieder. Also ich befürchte fast, dass man hier hinten nicht mehr hinkommt. Ähm, ja. Vielleicht werde ich das doch irgendwann nochmal im Stream machen. Falls es wirklich so auf das Ende zusteuern sollte. Jetzt. Langsam. Denn ich wüsste schon gern, was da hinten noch lauert. Wobei, es gab doch noch, irgendwo war doch noch der Sumpftransport, oder? Irgendwo... Jetzt auf jeden Fall so diese eine Turbine. Sumpfshuttle. Okay, da können wir doch noch hin. Wir können da nochmal das Sumpfshuttle benutzen. Und das werde ich auch definitiv tun. Weil ich möchte wissen, was da noch am Sumpf lauert. Morgen wieder. Änderlich schon wieder ungeahmen. Oder? Na, ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. Und... Und... Also, so halt nur. Und beruhigen. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt schon wieder so ein bisschen am Haken ist, im Hintergrund. Naja. Aber solange es läuft, soll es mir erstmal egal sein. So, hier ist Gott sei Dank auch hier was zum Anlocken. Also, eventuell muss ich gleich kurz neu starten. Wäre aber nur halb problematisch. Ja, ich werde einmal ganz kurz neu starten. Das Haken geht mir doch dann doch ein bisschen auf den Keks. Aber da war es diesmal nicht. Naja, wir machen das einmal kurz. Dann speichere ich einmal ganz kurz hier. Und dann sehen wir uns direkt gleich wieder. Ich werde aber nochmal den Ventilator anschalten. Ah, das ist, wo wir früher waren. So, ich hoffe, dass es jetzt geht. Äh, ich entschuldige mich auch, falls ihr einen Rauschen hört. Das ist mein Ventilator. Ähm, aber es ist hier gerade so eine ekelhafte Luft drin. Ich muss den einfach gerade mal anmachen. Ich könnte auch zwar das kleine Fenster anmachen, äh, aufmachen, genau, aufmachen. Problem dabei ist dann allerdings, dass es sich dann hier wieder extrem abkühlt. Und meine Heizung dann wieder sagt, juhu, geballern. Das Haken aber immer noch, ne? Das Haken aber immer noch ganz gewaltig. Ja, pass auf, jetzt kriegen wir hier nämlich dieses, äh, die Sachen fürs Gewächshaus. 100 pro. So, aber es tut mir so leid, dass es jetzt hier gerade so ein bisschen rauscht. Aber wie gesagt, ich muss leider den Ventilator gerade anhaben. Ich versuche mich, wenn er kommt, extra ein bisschen wegzudrehen. Aber ich glaube, das bringt relativ wenig. Wir gehen einfach mal kurz hier rein. Hey! Es fühlt sich wirklich schön hier drin. Und das ist der Punkt? Obwohl es nicht supposed zu sein wird. Auf der anderen Seite, die Wasser Temperatur ist perfekt. Es fühlt sich fast wie wir gehen, oder etwas anderes. Wir können das passieren. Ähm. Hm. So. Sag mal. Ja, okay. Dann nicht. Dann ist mir das jetzt gerade... ...relativ wumper. Gut. Du- Du- Funktioniert gerade nicht. Funktioniert nur noch das Du-Geschoss. Also manchmal ist das Spiel echt... Seltsam. Ach, der hat mich verlangsamt. Ja. Ah. Du- Du. 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 Und du. Du. Das klappt. Jetzt auch endlich mal. Babulardo. Ein toller Name. Aber niedlich. So, you used to build stuff like this? No, I was more on the research side. But my work contributed to the improvement of stuff like this. Yes. I thought you were an engineer. Yes, that's a simple way I like to put it. The actual title of my position was Junior Exo-Agronomic Nano Engineering Research Assistant. Oh, okay. As opposed to the Senior Research Assistants? No, no. They just say Junior so they can pay me a lower salary. Same thing with the assistant part. I had the lab all to myself. I am absolutely not surprised my mom did that to you. Anyway, did you find anything interesting? As you might guess, there isn't much left that's functional. And not a lot of info as to how Exo-Nova was involved. But I think I found everything I needed to fix up the nest's nano greenhouse. Dinger. Dinger. Ah, awesome. Now we'll be able to grow something other than apple do's. Or cultivate rare flowers. Why? Are you still interested in studying the plant's reproductive system or something? No. Mostly because they're pretty. Oh. Okay. If they're pretty, that works for me. And if they don't stink. Please, no more stinky flowers like the ones you brought me last time. Promise. Okay. Gut. Also ich nehme an, jetzt können wir wirklich dieses Düngerzeug da, mit dem Dünger das Gewächshaus da betätigen. Treiben. Oh, he's begging for more. Oh. Oh, Gottchen. Oh, Gottchen. Okay. Okay. You're bugging out. You have to make a choice. Did you see this collection, though? Whoever was in charge of this greenhouse knew what they were doing. We can't take everything. I know. It's just too hard to decide. Okay. Eenie, meenie, minie, moe. Du, 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 du. To pick the very best one, and that is Y-O-U-U-R-IT. The fire fluke? Excellent choice. Oh, ja, für eine Same. Okay. Ach, du grüne Neune. Dass es hier nicht alles gibt. Okay. Dann gehen wir hier erstmal wieder raus. Und schauen uns hier unten jetzt mal um. Äh, lass mich die Kranensbier hier nehmen. Das hier. Hallo, das ebenfalls, bitte. Das auch. Das hier braucht. Da liegt auch noch was. Hier ist ja nur Rost. Gibt's hier nichts anderes mehr. Alles übersät mit Rost. Auch noch. Hier auch noch. Okay. Aber irgendwo auf dieser Insel, da oben wahrscheinlich. Also ich weiß nicht, warum es gerade so hakt. Ich habe da tatsächlich, äh, keine Erklärung für. Die Aufnahme an sich läuft super. Deswegen weiß ich nicht, woran das liegen könnte. Okay. Immer noch nicht alles weg. Gut. Dann werde ich jetzt erstmal hier das Ding wieder auffüllen. Vielleicht sehen wir dann noch etwas. Ich weiß nicht, woran das sein kann. Ich weiß nicht, woran das sein kann. Aber wie weit sind wir von da entfernt, wo ich hin will? Sumpf-Shuttle. Das heißt, wir müssen in die Richtung, ne? Gut, dann gehen wir erstmal in die Richtung. Weil ich möchte unbedingt den Sumpf noch weiter erkunden. Hier haben wir jetzt ja auch nichts gefunden, was uns für das Schiff weiterhelfen könnte. Folgedessen könnte ja was im Sumpf sein. Wenn wir im Sumpf nichts finden, dann müssen wir an einem anderen Ort nochmal ausschalten. So. Jetzt. Jetzt sind wir wieder hier. Da geht's zum Sumpf-Shuttle. Irgendwo auf die Seite, da hinten. Genau hier hin. Perfekt. Bis dahinten müsste das Sumpf-Shuttle sein. Oder? Was meine ich? Nicht Börbel. Börbel. Oder? Doch war Börbel, oder? Scheiße. Nein! Ah, nee. Gut, wir sind im Sumpf. Das ist sehr gut. Wir haben es in den Sumpf geschafft. So. Einmal wieder Viecher. Ach. Wir haben gar keinen Pfingst dafür. Oh, come on! Ready when you are. Ready! Boom, baby! Oh, was? Now what? Ah. Ready when you are. Warte mal. Kann ich das? Ja. Dann einmal beruhigen. Und wieder Duo Rempler. noch einmal. Und alle beruhigen. Perfekt. Lief doch super. Ich will mich einmal heilen. Dann einmal die nächsten Viecher. die Viecher sind auf jeden Fall nicht mehr so stark. Komm schon. Komm schon. Und noch einmal. Also die Viecher sind auf jeden Fall nicht mehr so stark. Noch einmal. Och, komm schon. Ja, wir hätten es schaffen können. Wenn er nicht. Na komm. Das ist doch nicht euer Ernst. Das ist doch nicht euer Ernst. Wunderbar. Uieieieiei Gut Da oben ist auch noch irgendwas Ähm Gut, hier sind wir einfach mal runtergefallen So Äh, hier toll Wollte ich grad sagen, wir haben nie genug Äh, okay Wollte Wer ist die Ich würde das nicht sagen, ich würde das nicht sagen, ich würde das nicht sagen Ich würde das nicht sagen, ich würde das nicht sagen Ich würde es essen Ich würde es essen Auf dem Weg Auf dem Weg Das sieht schlecht Das ist so schlimm BOOM, Baby Na, komm. Und? Klappt das? Nein, natürlich nicht. Aber jetzt. Äh, Duremklaue machen wir nochmal. Und beruhigen. Eieieieiei. Ja, wir sind so gut. Ja, das ist es. Geh aus hier. Ja, wir sind hier. Ich hoffe, ich nicht sehen deine Gesichter wieder einmal wieder. Ich bin froh, Kay. Ich dachte, du würde starten über die verschiedenen Gelegenheiten der Überleben. Chalk es auf die Regeln der Natur. Each eine hat ihre Position, yada, yada, yada. Yes, everyone has its place, except the baby-eaters. Ha, well, our friend looks grateful. I'm sure that's the reason she brought us here. Alright, then I guess she can bring us back now. Can't we stick around a bit longer? In these swamps? It's a nice change of pace. Huh. Okay. Yes, okay, we'll eat soon. Hm? I didn't say anything. I'm talking to your stomach. I can hear it from here. Okay, yeah, we müssen da unbedingt nach oben hin. Come on, lady. Time to bring us home. Ich fühlte, dass das mich nach unten bringt, oder? Okay, nee. Das bringt mich tatsächlich nach hier oben. Ich frage es nur, wo. Okay, aber... Es fehlt immer noch was. Ich frage es nur, wo. Es soll quasi ja hier sein. Ja. Unten an dem See. Damit haben wir diese Insel gesäubert. Ja gut. Oh Mann. Und wo geht's hier hin? Das würde mich auch gerne interessieren. Wahrscheinlich geht's noch weiter tiefer in den Sumpf hinein. Ja. Gut. Ich würde hier aber erstmal einen Cut machen. Und wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao. Ciao.